Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bausimulator. Jetzt können wir mal wieder umweltbeauftragten. Wir haben endlich grünes Licht bekommen, um hier eine Biogasanlage zu errichten. Durch die Einlagerung in die Silos ist der Geruch vermisst weniger wahrnehmbar und das Endprodukt ist saubere Energie und hoffentlich auch zufriedene Anwohnerinnen und Anwohner. Ich bin wieder Sagenlager schon zu stimmen. So, Fundament aus Hebel, würde ich sagen, brauchen wir Abagali. Wo haben wir ein Biba-Baggerli? Da haben wir ein Biba-Baggerli. Das ist nur doppelt so weit weg. So, let's go. Guck mal, was wir eigentlich so machen müssen hier. Auf jeden Fall schon mal ausklappen. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020